Jo Leute, was geht? Unbekommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, habt ihr jetzt schon ein bisschen gesehen und hier mein neuer Roller rausgekriegt, ist gut, weil Standroller besser geklappt ist. Ich wollte rein zu fahren, hier schöne Lenker. Hier. Ich glaube, es ist eine schöne Bremse. Zeilen Schöne. Es ist so kalt. Wir haben einen Monoketag nach dem Wald. Keine Ahnung, wo das ist. Hier sind wir noch beide. Ja. So. So. Mori. Ja. Cool. Und jetzt kommt der untere Teil. Wir haben heute noch ein bisschen zergratzt. Hier halt ein bisschen zergratzt. Und heute nie kurz zu gehen. Und jetzt. Aber sonst. Jetzt bleibt es weg. Hast du Film? Was? Wir brauchen gleich Bilder, oder? Ja. Und die Leute, ähm... Leute, ich sehe das, ich sage, ich habe da auch einen Roller. ich sehe da, da ist ein Roller. Ja, ich sehe das, ja. 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 Äh, Bewertung? Für meinen YouTube-Tonnel? Bitte auf. Fünf. Nee. Muss noch das Ding rummachen. Und anенко? He confusing ist ja. Tie Fổi an und nachуем. Die Paprika. So. Egal. Und auf jeden Fall. Heute zeig ich mich. Heute nicht. Weil ich mache nichts. Ich bin gerade zu hessen raus. Wie die Sau, Junge. Und noch kurz einmal. Weil. Seht mal. Auf meinen Ohrring. Denn. Wenn ihr euch macht. Vergesst nicht zu liken. Und zu abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video. Und dann.